Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten www.mietspiegel.com Wir vernetzen private Vermieter So, einen kleinen Ausflug nach Südtirol hier bei Mannis Meistertischlerei. Du, Bernd, ihr habt eine Zirbensauna. Genau. Selbstentwickelt. Genau. Es ist so, wir roben eine Massivholzsauna. Das heisst, Massivholz ist ein bisschen spezieller zu bearbeiten. Wir roben hier keine Isolierung, keine Sonstwas. Es ist kein Blockbau, das ist wirklich massive Bretter. Wir roben unser eigenes System selbst entwickelt. Und es ist so, wir bauen Saunas eigentlich seit 2010. Das heisst, seit zwölf Jahren. Ich bin jetzt schon in der zweiten Generation. Die ihr jetzt mit auf die Messe gebracht habt, die ist ja schon recht groß. Das heisst, die ist schon für mehrere Personen. Ja. Es ist so, auch von der Grössenordnung, da sind wir relativ flexibel. Im privaten Bereich braucht man wenig Platz, wo Gäste sind ein bisschen mehr. Die Grössenordnung, da sind wir noch offen. Also dieser Zirbengeruch, der ist ja fantastisch. Der Zirbengeruch ist nicht jedermanns Sache. Er ist sehr traditionell, vor allem bei uns in Südtirol. Und was vielleicht interessant ist, es gibt wissenschaftliche Studien, die belegen, dass wenn man in einem Zirnbett schläft, dann geht die Herzfrequenz zurück. Und eigentlich aus dem Grund ist der Hauptgrund gekommen, wieso wir Zirnsaunas bauen. Wie lange dauert das, bis ihr eine Sauna fertiggestellt habt? Das kommt ein bisschen auf die Größe an. Im Schnitt würde man sagen, bei zwei Wochen circa. Okay, okay. Und der Markt ist ja auch da, also der Bedarf ist auch bei den Leuten da nach Sauna. Absolut. Seit Corona würde ich sagen, ist es wieder ein bisschen interessanter geworden, weil viele Leute sich ihr Heim ein bisschen, ich sage mal, ins eigene Heim auch ein bisschen investieren. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com Wir vernetzen private Vermieter. ISHW – Gemeinsam stark! 1 10 Untertitelung des ZDF, 2020